So, in diesem Video geht es jetzt erstmal darum, wie gesagt, hier den Hintergrund zu bereinigen. Deshalb schalte ich mir hier die Notizen eben nochmal aus und werde euch jetzt verschiedene Techniken zeigen, wie man sowas anstellen kann. Eigentlich gibt es da keinen einheitlichen Weg, den man da beschreiten kann, deswegen zeige ich euch eben auch verschiedene Techniken jetzt hier. Denn oftmals ist es so, dass die Technik in dem einen Fall besser funktioniert als in dem anderen. Viele Wege führen letztendlich nach Rom und in Photoshop ist es nichts anderes. Man muss eben nur wissen, welche Wege es gibt und welcher Weg in welcher Situation eben der einfachste ist. In dem Fall hier werden jetzt mit Sicherheit auch einige der Wege zum gewünschten Ziel führen. Manche schneller, manche nicht so schnell und manche vielleicht auch vom Ergebnis nicht ganz so schön wie die anderen. Aber es ist wichtig, dass man sie, wie gesagt, kennt und deshalb fangen wir jetzt mit dem ersten an. Und das ist das, was man vielleicht landläufig so am häufigsten macht. Ich werde jetzt einfach mal hier diese Ebene duplizieren, dass wir nicht auf der Hintergrundebene arbeiten. Und die erste Möglichkeit, die viele machen, gerade hier an solch geraden Bereichen, wo man viel Volumen hier vom Hintergrund hat, wir machen uns hier ein Auswahlrechteck. Das ziehen wir uns einfach einmal auf. Die Auswahl, die kann hier mit dem Rechteck oder auch mit der Ellipse gemacht werden. In dem Fall hier macht jetzt natürlich das Rechteck viel mehr Sinn. Und jetzt wollen wir uns den Inhalt dieser Auswahl auf eine neue Ebene kopieren. Und das machen wir einfach dadurch, dass wir jetzt mit dem Befehl Command und J, beziehungsweise Steuerung und J, das Ganze auf eine neue Ebene kopieren. Wir müssen die hier natürlich auch auflösen. So, und jetzt bekommen wir hier eben eine Ebene, auf der nur dieses Material liegt. Und dieses Material des Hintergrundes, das kann ich jetzt hinschieben, wo ich möchte. Ich kann es hier einfach mal nehmen und auf diese Seite hier ziehen. Und ihr seht schon ein Problem, was dadurch entsteht. Diese Stelle, die wir uns jetzt hier ausgeschnitten haben, die passt eigentlich nur genau an einer Position. Und das ist eben an der Stelle, an der wir es rausgeschnitten haben. Hier auf der rechten Seite sind da die Helligkeitsinformationen schon deutlich anders. Und man würde natürlich auch sehen, wenn man das jetzt hier einbauen würde. Deshalb, wir schieben das jetzt mal dahin, wo wir es brauchen. Das ist ja jetzt hier auf der Seite. Das heißt, ich schiebe das hier bis zum Rand und setze das einfach mal hier so hin. Und jetzt können wir uns hier auf dieser Ebene einfach eine Maske anlegen. Das mache ich mit dem Maskensymbol. Und nehmen wir hier jetzt wieder einen Pinsel. Gehe dann hier oben wieder auf die Pinsel-Eigenschaften. Kann mir den jetzt ein bisschen größer ziehen. Die Härte lassen wir bei 0%. Wir wollen jetzt einen weichen Übergang schaffen. Deshalb immer die Härte auf 0% in so einem Fall. Und jetzt müssen wir mal schauen, was für eine Pinselgröße wir brauchen. Die brauchen wir ein bisschen größer. Mit STRG und ALT können wir dann, indem wir die Maustaste gedrückt halten, eben hier unten nach rechts ziehen, die Pinselgröße ändern. Also STRG und ALT. Und dann das Ganze hier über ein Bewegen des Pinsels mit gedrückter Maustaste nach links wird er kleiner. Nach rechts wird er größer. Und auch die Härte können wir, indem wir nach oben und nach unten ziehen, dann hier eben ändern. So. In der Größe hier will ich es mal haben. Und jetzt kann ich mit schwarzer Vordergrundfarbe das hier schön ausfaden. Ihr seht, das funktioniert einwandfrei. Und dieser Übergang geht dadurch jetzt natürlich verloren. Warum ist das Ganze so? Na ja, wir haben hier eine Maske angelegt. Und wir wissen ja, alles, was auf der Maske weiß ist, wird dann zu sehen sein. Also in dem Fall hier unser kleines Hintergrundelement. Und ihr seht, ich habe jetzt an der Stelle hier mit schwarz gezeichnet. Und das Ganze auch sehr, sehr weich gezeichnet. Sodass jetzt hier eben diese Kante dann letztendlich verschwindet. So, ihr seht, wir haben jetzt hier am unteren Rand immer noch eine kleine Fläche frei. Und auch die wollen wir jetzt mit Informationen füllen. Dazu gehen wir jetzt erstmal hin. Wir haben das hier oben jetzt schon repariert. Und werden das hier jetzt mit dieser Ebene verrechnen. Das machen wir einfach durch den Befehl Command und E. Das verrechnet die aktuell ausgewählte Ebene dann mit der darunterliegenden. Und ihr seht, wir haben jetzt hier das Ganze mit reingerechnet. Jetzt gehen wir eigentlich ganz analog vor. Wir nehmen uns wieder das Auswahlrechteck. Ich werde hier einfach eine Auswahl aufziehen. Command und J kopiert das auf eine neue Ebene. Und mit V komme ich hier zum Verschiebenwerkzeug. Habe die Ebene ausgewählt. Und kann das jetzt einfach hier nach unten schieben. Sodass es das Ganze hier abdeckt. Eben sind wir hingegangen und haben die Kanten hier weggezeichnet. In dem Fall hier würde ich jetzt eher hingehen und würde mir dieses Element dort reinzeichnen, wo ich es brauche. Die Vorgehensweise ist aber ganz analog. Wir machen uns hier eine Ebenenmaske. Und wir hatten ja gesagt, alles was weiß ist, ist dann von dieser Ebene sichtbar. Und alles was schwarz ist, ist eben nicht sichtbar. Das heißt, wir werden zunächst mal diese Maske hier mit schwarz füllen, damit alles unsichtbar wird. Das geht am schnellsten, indem wir jetzt einfach STRG und I für Invert, also Umkehren, drücken. Und ihr seht, das wird dann schwarz und auch das Element hier verschwindet. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel. Gehe auf weiße Vordergrundfarbe, denn wir wollen das jetzt reinmalen. Und zwar genau an dieser Stelle. Passe meine Pinselspitze nochmal ein bisschen an von der Größe und habe jetzt auch wieder eine sehr weiche Kante und kann das jetzt einfach hier an der Stelle reinmalen, wo ich es haben möchte. Hat den Vorteil, dass mir das hier unten mit dem Kleid dann eben nicht schief geht. Ihr seht aber jetzt auch schon ein Problem an dieser Sache ist jetzt einfach, dass diese Stelle hier farblich sich nicht wirklich gut hier reinfügt. Das ist eben das Problem, dass die Hintergrundausleuchtung nicht immer sehr homogen ist. Und dadurch fehlen letztendlich oftmals die Helligkeitsinformationen, die jetzt an der Stelle hier sinnvoll wären. Es gibt eine andere Technik, die zeige ich euch gleich, wo das Ganze nicht ganz so extrem ausfällt wie hier. Wir könnten aber jetzt auch dieses kleine Stückchen hier versuchen farblich einzupassen. Dazu wähle ich mir einfach hier die Ebene einmal aus und gehe dann auf Command und U. Und mit Command und U komme ich hier in Farbton-Sättigung. Das Ganze ist dann sogenannt destruktiv, denn wir arbeiten jetzt direkt auf der Ebene. Und jetzt könnte ich mal schauen, ob ich hier die Farbigkeit, Helligkeit hier so ein bisschen anpassen kann. Ihr seht, das fügt sich jetzt schon viel besser ein. Ein klein bisschen mehr Sättigung vielleicht. Mal schauen, ob vielleicht an der Farbe noch gedreht werden müsste. So vielleicht. Und wir bestellen das mit OK. Und jetzt fügt sich das Ganze schon eher hier an dieser Stelle eben ein. Ist ein Schritt, den man nicht zwingend machen muss. Ich wollte euch das aber auf jeden Fall zeigen, dass ihr auch solche kleineren Flecken dann farblich in den Rest ein bisschen besser einpassen könnt. So, und wenn wir das Ganze jetzt auch wieder verrechnen mit dem Hintergrund, ich drücke nochmal Command und E, dann sehen wir, haben wir diese Stelle eigentlich sehr gut repariert und haben den Hintergrund jetzt hier eben erweitert. Und es sieht so aus, als wäre das auch so fotografiert worden. Das Ganze funktioniert auf der anderen Seite natürlich ganz analog. Ich werde euch das Ganze aber jetzt alles an dieser einen Seite zeigen. Deshalb werde ich das Ganze hier jetzt nochmal rauslöschen. Und im nächsten Video zeige ich euch dann eine weitere Möglichkeit, wie ihr solche Stellen eben reparieren könnt. Also, ich werde euch das Ganze nicht reparieren können.